ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, Hallo, Katzenklo, I'm Paddle Und ich begrüße euch zu einer Runde Superjump Ich habe mich hier in einer Dings angereiht Und ich wollte die Begrüßung schon hier machen Genau darum, weil wenn ich einfach in eine Arena geportet werde Dann habe ich keine Zeit mehr für die Begrüßung Weil ich es sofort los muss Ja, Superjump sollte man eigentlich kennen Das sind so Jump and Runs, die man machen muss Und zwar so schnell wie möglich Und es sieht schlecht aus für uns Wobei der andere verkackt es die ganze Zeit Oh, ich wünsche dem, dass es noch einmal runterkommt Uhhh Cameron, 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 Cameron Und, ja GG Das war jetzt eine einfache Karte Wir können direkt in die nächste Runde Äh, White White, White, White Genau Okay Hallo Boss und Glück Beziehungs, er ist legt Und die GLP ist da Uhhh 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 Machet doch Machet doch Ach, komm, Figg die Uhhh Uhhh Uhhhh Änntelich Hallo Delfino007 Hallo Oh schon verkackte Start Ich werde heute nur so einfachere Maps nehmen Weil Die schwierigen Maps gehen zum Teil So lange Oh zum Glück Oh Boah schon zweimal Zweimal habe ich noch gewonnen Ähm Ähm Fantasy Oh oh man das ist wieder wie gleich Egal Champcool Gl Das wird er gegen mich Rauchen Ok Nein Ich habe die Leertaste gedrückt Oh Oh nein Es sieht schlecht aus für mich Es sieht schlecht aus Ja GG 11 Punkte sind Ja 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 Aaaaaaah Eigentlich wollte ich das ja auch mit dem lieben Sandro machen Ich habe ihm auf Skype angeschrieben, aber er antwortet nicht Vielleicht äh, vielleicht ruft er mir wieder wie die Mitte der Aufnahme an Weil gestern, müsst ihr wissen, gestern, als wir Bad Wars gemacht haben habe ich auch schon vorher eine Runde alleine gezockt und plötzlich rief er mir die Mitte der Aufnahme an und dann haben wir halt zusammen aufgenommen Dann habe ich einfach den Part, den ich gemacht habe, verworfen, weil er kackig gewesen ist Er war wirklich kackig gewesen Es waren irgendwie drei Runden gewesen Es sind alles so schlechte Runden gewesen und ich habe jedes Mal verloren und es ist doof gewesen, du Mann Ah, komm schon Biss in die Unendlichkeit, hier geht das Ah, komm schon Boah Mann, ich kann nur so wenig FPS Ah, komm schon Okay Oh Mann Komm schon Mami Ach Inferno Interferno Okay, okay Interessiert mich eigentlich nicht Das bringt mir ja nur die Chance Was? Der hat es geschafft, oder wie? Hä? Ich bin sicher nicht Slash Leave So Oh Oh Ich kämpfe gegen eine Frau GL Heffern Ausser wenn es einfach ein Typ ist mit einem Manneskin Das finde ich auch immer so lächerlich, wenn so Oh Gott Ah Es gibt so Männer oder Buben, die machen das extra Die machen sich extra so einen Mädchen-Skin und so Mädchen-Namen in Online-Games Ich merke das einfach zum Beispiel bei Männern Oh Scheisse Wo es nötig haben im Online-Game Zum die quasi dann ausnutzen Und ich finde das richtig krank Erstens, dass die sich ausgehend als Frauen, dass sie mir Gratis Stuff geschenkt bekommen Und dass denen Leute Wo Frauen im Internet Beziehungsweise eben solchen Leuten Sachen schenken Und dann das Gefühl haben, dass sie dann irgendwie eine Chance haben Ich meine Es kann Das kann irgendeiner aus dem Gefängnis sein Das könnte Deine Grossmutter sein Das könnte jeder sein, der das macht Und Es ist einfach ein wenig lächerlich Ja Das, was ich hier ziehe, ist auch ein wenig lächerlich Oh God Ich könnte euch zwar einen Minecraft-Fact zeigen Und zwar Kennet ihr es vielleicht bei Mario Super Mario Oh Gott Jetzt funktioniert es natürlich nicht Das man über so Quasi über die Luft kann säkeln Wenn man sprintet Das geht auch Oh Jetzt hat es natürlich nicht funktioniert Aber das geht hier normalerweise auch Wenn man nicht Alles verkackt So geht Oh Irgendwie ist man gerade unangenehm Also Ich meine da In real life gerade irgendwie Ist mir nicht bequem Ich kann da nicht irgendwie richtig zocken Ich wette ich hätte das schon lange gemacht Ja Jetzt haben sie es gesehen Jetzt haben sie es gesehen Ganz eindeutig Ich mache noch einen Zeit-Loop rein Jetzt haben sie es gesehen Oh 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 Die oder der ist wieder am Anfang. Und...oh Gott. Bitte! Nein! Mami! Mami! Oh. Oh Gott. Ich probiere hier mal runterzuschauen und dann mache ich dann einen Slowmo rein, wenn ich das so schön... Ja, jetzt mache ich einen Slowmo rein. Jetzt war es so... Oh, sie hat es geschafft. Aber... Wir haben einen guten Beweis. Ähm... Nether. Gehen wir mal in Nether. Okay. GL have fun. Äh, wo durch? Hä, die Map sieht anders. Du hast dich mal... Hä? Äh... Die haben das verändert. Das war mal ganz anders gewesen. Und wieso bin ich gerade fuhr nicht rausgefallen, obwohl ich in die Lava gegangen bin? Hey! Hör doch nicht auf Sprinter, du Arschlach! Nein! Yes...okay. Ich begebe mich auf eine epische Reise zum Sieg. Paddle Wins. Ähm... Oh, Alter. Und... 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 Oh, oh, ah, okay. Und... 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 Okay. Die Kampfschrei sind dafür da, um zu zeigen, dass ich gewonnen habe. Die sind einfach da, um ein bisschen... ...zum meine Mentalität zu steigern. Also, was heisst da Mentalität? Zum... Irgendwie... Ich labere scheisse. Ganz ehrlich. Oh... Halloween... Ich muss eine Karte kaufen. Ernsthaft. Ocean... Ocean... Nanananana... ... ... Ehm... Ich habe 22 FPS. Willst du mich verarschen? Ja mei Und mal so schön Ocean Da gönn di so schön Ich kann mit euch kämpfen Gönn di so schön Ocean Gönn di so schön Gönn di so schön Gönn di so schön Ja dankeschön Dankeschön GL have fun Hallo So Ich wollte jetzt probiere das zu machen ohne zu sterben, das wäre geil Timcraft.com Okay Oh okay 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 Oh 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 Das ist knapp gewesen Das ist verdammt knapp gewesen Mami Was Was Ah der ist geliftet Maaann Sonnenhure Okay Dann machen wir das Ich muss probieren ohne zu sterben das zu schaffen Und dann Dann bin ich Dann könnt ihr etwas in die Kommentare schreiben Okay Das zählt jetzt nicht Das zählt jetzt einfach nicht Ich hab's verkackt Neue Mamii Z2 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 Eine von der einfachsten Maps Z2 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 Alter, der ist schon 5 mal runtergegelt, was soll die Scheisse? Ich kann zu wenig FPS beim Aufnehmen, ganz einfach! AHHHHH! AHHHHH, jetzt verkacke ich nur noch! Das ist ein Zeichen, dass der Paddle langsam aufhören sollte, ok. Noch eine Runde und der hat mir genug für heute. Komm schon, bitte noch die Runde! Oh, 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 Paddu! 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 AHHHHH! 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 Nein, der letzte Sprung! Der vorletzte, wie das letzte Mal schon, wo der andere dann geläftet ist! AHHHHH, MAMA! MAMI MAMI! MAMI MAMI! Oh, Kopf, Kopf hier vorne! AHHHHH, wir sind beide runtergelegt! standen! Nein, ich habe zu wenig FPS! Mami! Mami Mami, Mami, Mami! Komm schon! Aaaaaah! Come on! Und... Bitte Padu! Ja! Und jetzt bitte Padu! Nein! Mami! Ich bin 22! Ich bin 23! GG! Es katzt mich an! LOL! You can't fly! Ja... Immer die, die das Gefühl haben, die gerade einen Hacker entdeckt, die sind die Besten! Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Bewertungen in den Kommentaren oder vielleicht sogar ein Abo da! Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.